Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose, tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen, ansonsten viel Spaß beim Zuschauen. Es ist englische Woche, ich habe das Ganze jetzt in zwei Teile geteilt, der Mittwoch kommt dann morgen am Dienstag, etwas verwirrend, aber ich glaube ihr versteht das schon. Und weil ich das gerade hier eben kurz vor knapp aufnehme, ist die aktualisierte Tabelle noch nicht dabei, die seht ihr morgen dann, aber ich will jetzt gar nicht lange rumlabern. Viel Spaß beim ersten Spiel Gladbach gegen Wolfsburg, viel Spaß dabei nochmal und danke fürs Reinschalten, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, los geht's. Borussia Mönchengladbach will aus den letzten drei Spielen neun Punkte sammeln, um alles selber noch einigermaßen in der Hand zu haben, um die Champions League zu erreichen. Jetzt war der VfL Wolfsburg zu Gast, die wollen die Europa League klar machen, da war es am letzten Samstag lediglich ein 2 zu 2 gegen Freiburg. Hier hatten sie den besseren Beginn, siebte Spielminute, Xaver Schlager mit der Abschlussmöglichkeit aus knapp 17 Metern, den setzte er aber noch rechts am Tor vorbei, am frühen Dienstagabend. Borussia Mönchengladbach brauchte eine knappe Viertelstunde und setzte sich dann vorne fest. Florian Neuhaus, Kramer, Lars Stindl zu Alassan, Plea nach Gelbsperre zurück und das zahlt sich gleich mal aus. 17. Spielminute, elfte Saisontor gegen Freiburg Gelb-Rot gesehen, schmerzhaft gegen Bayern vermisst und jetzt wieder im Fokus. Knapp 10 Minuten später, Borussia Mönchengladbach hatte mittlerweile richtig Spaß an diesem Spiel, Wolfsburg kam nicht mehr zu, Entfaltung und 26. Minute, Doppelpack, Plea gut und schnell durchgespielt. Das was Marco Rosa auch gerne sieht, der VfL Wolfsburg in der Defensive mit teilweise eklatanten Schwächen. Es war noch nicht ganz Pause, nochmal Gladbach, Neuhaus, Stindl, was für ein Pass und Plea muss nur noch den Fuß hinhalten. Hattrick und zwar Lupin rein, eine Hälfte, ununterbrochen, drei Treffer hintereinander. Damit war diese Partie in eine Bahn gelenkt, die für den VfL Wolfsburg kaum noch zu glätten war. Diese Wogen waren vermutlich zu groß, zu breit, sodass es auch im zweiten Durchgang weiterhin Borussia Mönchengladbach war mit dem besseren Spiel auf der eigenen Seite. Leiner, der rechte Verteidiger, versucht es hier aus dem rechten Halbfeld wunderbarer Direktschuss, den Castells aber halten kann und das 4 zu 0 verhindert. Wolfsburg kam nicht mehr nach vorne, sie sollten hier ohne Tor bleiben. Gladbach aber mit der Möglichkeit zum vierten Plea, um ein Haar, sogar noch einen draufgesetzt. Auf einen ohnehin nahezu perfekten Auftritt der Fohlenelf. Am Ende bleibt es beim 3 zu 0, sehr gut für die Borussia. Sie machen ihre Hausaufgaben selber und legen dann schon mal vor, erhöhen so den Druck auf Leverkusen. Für den 1. FC Union Berlin würde ein Sieg heute reichen, um den Klassenerhalt aus eigenen Stücken Selbststunden zu festigen. Paderborn muss gewinnen, um die theoretische Chance zumindest noch zu wahren und dann muss die Konkurrenz auch patzen. Und der SC Paderborn nach dem 1 zu 5 gegen Werder Bremen waren sie hier noch mal trotzig und wollten der Liga noch mal zeigen, dass sie besser sind, als es das Resultat gegen den Vorletzten am Samstag gezeigt hat. Knappe halbe Stunde gespielt. Union Berlin versuchte abzuwarten. Mit einem Unentschieden würden sie deutlich besser umgehen können. 30. Spielminute hier eben. Gentner mit dem Kopfballversuch den Zingerle über die Latte wischen kann. Wäre vermutlich sowieso am Gehäuse vorbei bzw. rübergegangen. So ging es mit dem 0 zu 0 in die Halbzeit. Denn aus dem folgenden Eckstoß resultierte nichts. Man hatte hier kein Fußballfeuerwerk erwartet. Es war tatsächlich ein Bundesligaspiel auf eher niedrigem Niveau. Dann wurde es im zweiten Durchgang etwas besser. 51. Sebastian Vasiljadis, der sich hier versucht, nicht verkehrt dieser Schuss, geht dann aber am Gehäuse von Rafa Gekiewicz vorbei. Nun Union Berlin im Vorwärtsmarsch. Mal eine Kontersituation. Junus Maly bleibt im Ballbesitz, sieht Sebastian Andersson. Der trifft aber nur das Außennetz der Ball. Findet weiterhin nicht den Weg ins Tor. Die Frage war, wer hatte jetzt den längeren Atem? Für den SC Paderborn gilt es. Verlieren sowieso verboten, aber auch unentschieden ist hier. Der Abstieg. Deswegen nochmal zum Schluss hin eine etwas größere Offensivphase. 67. Minute. Aber der Kopfball von Ben Zulinski geht klar am Tor vorbei. Doch der SC Paderborn wollte es nochmal wissen. Srebreni mit der Flanke. Friedrich und Gentner bekommen es da nicht geklärt. Maly verliert den Ball an Jasula. Zulinski mit der Hacke zu Jasula. 88. Minute. Das dritte Saisontor für den Gelbkönig. Und der Lucky Punch in der Partie. Die dem SC Paderborn zumindest nochmal einen längeren Atem gewähren, wenn die Konkurrenz patzt. Das dürfte trotzdem aussichtslos sein. Aber das war nochmal ein Zeichen zur Konkurrenz. Der SC Freiburg hatte die Hertha zu Gast. Und bei den Berlinern gerät der Motor unter der Badia momentan etwas in Stocken. Gegen Dortmund hingegen Frankfurt verloren. Es wäre jeweils mehr drin gewesen. Aber die zweite Hälfte in Unterzahl gegen Frankfurt war spielerisch vermutlich das schwächste, was man lange gesehen hatte. Jetzt aber die Hertha wieder auf dem richtigen Weg. Vedat Ibizovic steht richtig. Aus 4, 5 Metern bekommt er den Ball dann ins Gehäuse. Die 23. Minute. Mateusz Cunia heute von Beginn an wieder dabei. Mit dem Freistoßversuch, der aber deutlich am Ziel vorbei geht. Viel zu hoch angesetzt. Dieser Ball. Der SC Freiburg brauchte eine knappe halbe Stunde, um sich hier zu akklimatisieren. Waldschmidt, ja Stein, aber kann den Ball mit den Schienbeinen abwehren zum Eckstoß. Das war jetzt kein sensationeller Schuss, der ziemlich zentral kommt. Kann man dann aus Sicht des Norwegers vielleicht sogar festhalten. Eckstoß von der linken Seite. 10 Minuten noch bis zum Seitenwechsel. Da ist Luka Waldschmidt. Waldschmidt, 36. Der Ausgleich, das sechste Saisontor für den Mittelstürmer. Wunderbare Direktabnahme. Nicht zu halten hier für Jahrstein. Mit dem 1 zu 1 ging es dann in die Pause. Das war in Ordnung. Die Hertha begann besser. Freiburg aber steigerte sich mittlerweile auf Augenhöhe. Für Freiburg kann es ja tatsächlich noch um die Europa-League-Qualifikation gehen. Für die Hertha müsste es nach menschlichem Ermessen durch das 1 zu 4 gegen Frankfurt gewesen sein. Aber sie wollten hier trotzdem einen Sieg mit nach Hause nehmen. 50. Spielminute. Abschluss aus Spitzenwinkel gehalten von Schwolo. Der zweite Durchgang weitestgehend. Ereignisarm in der Folge. Freiburg kam kaum noch nach vorne. Und die Hertha mit kleinen Nadelstichen plattenhart. Der Abschluss von Meier dann aber etwas sinnbildlich für diesen Dienstagabend. Mehr war dann einfach auch nicht drin. Beide Mannschaften erzielen jeweils einen Treffer. Damit folgerichtig ein Remis. Der zweite Durchgang von der Hertha etwas besser geführt. Aber es hat eben nicht gereicht, um hier drei Punkte aus dem Preisgau mit in die Hauptstadt zu nehmen. Der SV Werder Bremen ist auswärts deutlich besser drauf als zu Hause. Und jetzt musste man wieder zu Hause im Weserstadion antreten. Ausgerechnet gegen die Bayern, die heute mit einem Sieg die Meisterschaft schon klar machen können. Unabhängig davon, was die Konkurrenz aus Dortmund macht. Und die Bayern wollten hier gar nichts anbrennen lassen. Werder Bremen in der Defensive gefordert von dem 5 zu 1 gegen Paderborn. Aber zumindest im Selbstbewusstsein durchaus getragen. Das hier ist in der 8 Minute Kingsley Coman der Schuss allerdings noch etwas zu harmlos. Die Bayern aber machten weiter. Müller und Lewandowski nach Gelbsperre zurück. Das deutete sich hier im Offensivspiel an. Davis auch in der Startformation. Coman mit der Flanke. Augustinsson kann es nicht richtig klären. Da ist Leon Goretzka 1 zu 0 in der 15. Minute. Der Mittelfeldmann, der gegen Gladbach kurz vor Schluss das entscheidende 2 zu 1 erzielte, steht hier am richtigen Ort. Pavlenka dann etwas vor seinem Kasten. Kommt an diesen Kopfball nicht mehr ran. Bayern machte das gut. Bremen lief teilweise vorne weit an. Bot dann diese Lücken im Defensivverbund auf. Kingsley Coman kann lange gehen mit dem Ball. Und bleibt dann eiskalt vor Pavlenka. 25. Minute das 0 zu 2. Und der Rest der Partie nun ein nahezu aussichtsloser Weg für die Weser-Elf. Fünf Minuten noch bis zum Seitenwechsel. Jetzt aber der SV Werder Bremen durchaus mal mit ansehnlichem Offensivfußball. Davy Klaassen legt rüber zu Osako. Aber eine super Parade von Manuel Neuer hier in der 41. Spielminute verhindert das 1 zu 2. Das hätte hier noch vor dem Pausenpfiff nochmal eine neue Würze reingebracht. So blieb es beim 0 zu 2 nach 45 Minuten. Müller tat dem Offensivspiel gut. Ebenso wie Lewandowski beide ohne Torerfolg. Aber sie haben eben diese Präsenz, die sie ausstrahlen. Im zweiten Durchgang ging es dann für die Gäste erstmal besser weiter. Kimmich bekommt von Goretzka den Ball. 58. Spielminute zieht den Ball rechts am Tor vorbei. Da wäre Pavlenka wohl nicht mehr rangekommen. Fehlt dann im Endeffekt gar nicht mehr so viel. Und Werder mal mit einer Standardsituation. Rashica bringt ihn rein. Davis schlecht geklärt. Klaassen zu Vogt. Und der Anschluss in der 63. Spielminute. Sollte es jetzt tatsächlich nochmal spannend werden. Und ein 2 zu 2 wäre ja vielleicht auch Gold wert. Weil Düsseldorf am Mittwoch noch in Leipzig ran muss. Doch die Bayern wollten tatsächlich nichts mehr anbrennen lassen. Wollte schnell das dritte Tor erzielen. Um dann die Meisterschaft klar zu machen. Vejkovic verlierte den Ball an Robert Lewandowski. Der nimmt Serge Gnabry nochmal mit. Mit legt zurück zu Thomas Müller. Scheitert hier in der 69. Aber an Pavlenka. Und dann ist die Szene geklärt. Aber das war es. Es kam nichts mehr. Und das bedeutet, so trocken muss man es sagen, die Bayern gewinnen, werden Meister. Und das ist von der Konkurrenz nicht mehr zu verhindern. Jo, das war es dann auch wieder mit dieser Prognose. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Morgen kommt der zweite Teil. Ansonsten bleibt sportlich fair in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Also bestenfalls bis morgen und Adios.